Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Bieren... Na, Dingsbums. So, ich hab hier mal geguckt, ne? Ich hab hier noch einen alten Schausstall gefunden. Hab mir gedacht, der würde hier vielleicht noch ganz gut so mit hinpatzen, ne? Ist nicht perfekt. Aber würde gehen, ne? Ja, geht, 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 sagt er. Wie sieht der denn von innen aus? Ich hab da noch nie reingeguckt, wusste gar nicht, dass ich den da drin hab. Oh, das ist die Primo. Gefällt mir. 25 Schafe können hier rein, läuft. Perfektu, das haben wir auch. Hier hab ich eben noch ein bisschen Gras hingemalt. Und nur so ein bisschen überlegt. Wie, was, wo, wie gestaltest du? Ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Auf jeden Fall brauchen wir noch Hallen. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Da müssen wir nicht lange drum rum reden. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Halle. Da kommen wir nicht drum rum, ne? Was macht der eben ein Ding der? Für den hier? Da kommen wir nicht drum rum, dass wir noch Hallen brauchen, ne? Und am Morgen haben wir so ziemlich alte Tiere mit einem Hof. Wir haben Schafe, wir haben Schweine, ne? Wie es sein soll. Und ich weiß, das ist nicht so einfach, da was hinzukriegen, ne? So war der Plan dahinter. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen... ...mollen, ne? Und das sieht besser wie... ...mollen wir noch was hinzukriegen. So, läuft der da gerade weg. Ech, Alter, nein. Gut, dass ich kein Mapper bin, ne? Ich glaube, ich würde jeden Tag ein Herzinfarkt kriegen. Dies ist nicht weh, das nicht weh, jenes nicht weh. Das ist ja nur ein Herzinfarkt, oder? Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. So, guck mal. So passt das, ne? Ist da hinten eben noch? So ein bisschen, äh, äh, Kollege, nicht so schnell. Und wie das vernünftig herkriegen, ne? Guck mal, ne? Und dann können wir auch mal wieder zu machen. Oh nein, ne? Guck mal, die Lenne. Nicht bis dran. Oh, cool, ne? So. Wir sind dort sind. Wir brauchen dann aber auch rein theoretisch dann noch einen Weg drüber, ne? Schön, dass ihr immer malt, ne? So, wir müssen ja nicht ab dem Rat sein wollen. So ein bisschen, ne? So ein Pietchen. So ein Pietchen. So ein Pietchen. Das war Milch, ne? Milch ist gut, oder? So ein Pietchen. Es war nicht so einfach. Und wie das läuft. Das läuft. Das, können wir auch sehen. das bin ich auch nicht wir müssten das können wir jetzt zu lassen dann lassen wir sie dann lassen wir sie jetzt müssen wir eben hier ein bäumchen damit die Hühner dann nicht so die ganze Zeit so rumwedeln müssen hier hinten ist so Heckenbisch oder wie solche und den Trinker muss man noch dran so guck mal dann sind die nämlich da auch so ein bisschen geschützt ich finde das eigentlich viel schöner den nehme ich hier noch ein warte mach mal gleich der ist hier der ist hier okay 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 guck det bla dit du scriptures Die Franschen ist ja auch nicht. In den ganzen Dingen aus. Jetzt finde ich sie gar nicht so schlecht. Hier oben. Jetzt haben wir ein bisschen groß oder? Das ist nicht so schlimm. Wir sitzen hier noch ein bisschen. Nein, nein. Ich werde etwas machen. Das ist nicht so schlimm. Was haben wir da? Jetzt brauchen wir diese. Scharfeine. Das ist auch eine Freilandweide. Okay. Da ist schon ein Zau. Okay. Das ist ja alles wieder schön übergemordet. Sonst hätten wir noch so schön gefangen. Wissen Sie ja. Wissen Sie doch mal. Wissen Sie doch mal. Wissen Sie doch mal. So nur, dass die im Sommer halt auf die Weide können. Ich finde das schöner, bin ich ganz ehrlich. Ich stehe dazu. Tiere gehören auf die Weide. Deswegen tue ich die immer auf... Also habe ich meistens eine offene Weide dabei. So, dann sieht das hier auch nichts kriminell aus. So, dann müssen wir matschen. So. Äh, Zäune. Dekoration. So, dass du? Schütze. Geht ganz rum. So weit brauchen wir. So rein. Da sind wir dran. So, jetzt gehen wir nach unten. Gehen sie rein. Gehen runter. Und seh nix mehr. Man, mein Mauspad, ey. Das macht mich auch irre. Ist das ein Tor? Ja. Dann klickst du mir. Und das kleine Stück. Gut. Der Sammler. Ich fange mir hier natürlich noch wieder vier, fünf Bäume rein, weil es einfach besser aussieht. Ich finde ich jedenfalls persönlich. Ich finde ich jedenfalls persönlich. So. Ich sehe das nicht so krass. Schafweide. Check. Wunderbar. 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 Eben nochmal Pupweide. Wunderbar. Wunderbar. Wo ist die? Das sind so zerbrechen. Das ist jetzt sowieso dran, ne? Das ist jetzt sowieso dran, ne? Mal ihn. Die Pflanzen weiß gar nicht. Jetzt haben wir die Schuhe und die Pflanzen weiß. Das sind die Schuhe und die Pflanzen weiß. Das sind die Schuhe und die Schuhe. Die Schuhe und die Schuhe. Wir können schön auf die Weide jagen und haben dann keine Probleme mit ihnen, keine Schmerzen. Die sind so blauen dahinter. Und meine denke ich weiter. Der Rufbau ist fertig. Der hat mich angestiftet. Damit geht auch was von hart. So, wir müssen hier aber eben noch mal da hin. So, wir müssen hier. So, wir müssen hier. So, wir müssen hier. So, wir müssen hier. Bisschen heftig, was? Mein Gott, mir geht. Dekoration. Mitzau. Sturly? Wir machen den am besten. Boah, ich will mich auch wieder verarschen. Bisschen heftig, ne? Bisschen heftig. Taster, Taster, Taster. Bisschen heftig. Boah, ich will mich nicht, hoher. Ich will nicht. Taster, Taster. Denn! Taster, Taster! Oh, na Salne! Taster. một á pro einer nebenher, wieder nicht da rauf dann gehen wir hier weiter dann gehen wir hier weiter dann gehen wir hier weiter dann gehen wir hier Ich sollte auch mal wieder reden, ne? Habe ich total vergessen. So, Kühe auf für die, check. Landschaftsbau, natürlich auch wieder ein paar Bäume rein, das ist sonst so trist. Hier auch auf jeden Fall Schatten, wo sie landen. Wenn man eine Straße setzt man dann noch so zwei so große Eichen hin, ne? Das geht bloß gar nicht mehr. So, wenn wir das aufrichten. Das haben wir auch geschafft. Druck! Danke. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine Halle, 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 Halle. Was ist das? Ne, wir müssen erst mal, oder? Oder vielleicht hier noch so hinpassen, ne? Guck mal, da kannst du da noch so ein bisschen Protokram und so immer reinstellen. Finde ich ganz sinnig. Und das war nicht so, wie man sagt, wie man schon so komisch aussieht. Ganz einfach. So, dann haben wir das hier. So, liebe Leute, ich sag jetzt aber erst mal danke fürs zu gucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz eng. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und die wollten nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! darauf